hallo und herzlich willkommen zurück zu halbert wie viel holz liegt hier noch 565 wenn ich das aufnehmen ja war ja klar das wird so nicht funktionieren okay das sollte reichen ihr könnt das gerne einsortieren aber was ich bauen wollte war der sattel für meine wir meinen wie heißt ja war morest marmo marmo rest marmo also mammut ist ja produktion beginnen ob ist mir jemand dauert hat ewig dauert das okay bis gleich junge 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 das hat jetzt echt ewig gedauert wo ist er wo ist er bis weg erst weg da und warum hauen die mag okay kann er seitenstampfer okay kommen wer ist jetzt umgefallen okay das tut mir aber jetzt echt leid das war der der händler oder die händlerin ja ja okay also hüpfen ist nicht so ne sein ding wenn ich darüber laufen ne 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 okay dann probieren wir mal den tornado also da okay funktioniert was haben wir noch die power bombe okay gut power bombe hat jetzt nicht so funktioniert er muss auch nachladen noch mal war da ziele 2000 schaden das ist doch schon mal was sehr sehr gut ja aber das schnellste ist er halt nicht ne hat aber warte kann ich das hier sehen team er hat hunger okay 3600 leben mit abstand meins das meiste ne genau 3600 leben ist nicht super schnell dann noch nicht super sprinten aber naja was soll das wächter meld genau also hier klappt das sehr gut mach ich ihnen jetzt hier ein bild von schwierig vielleicht ich muss egal so geht das nicht was war der seitenstamm fahrer ich hätte gern ein bild davon so ungefähr ja kann man das nicht ausblenden irgendwie kann man nicht mehr dann muss ich das wohl so machen okay gut haben wir absteigen sehr sehr gut hier liegen sie rum kann man damit fußball spielen vielleicht könnte man hier so ein spiel aufbauen so mit toten tieren man baut sich mit drei leuten irgendwie was bei sich ein tor auf und dann kann man hier so versuchen jeweils ein tier in das gegnerische tor zu ballern ist aber nicht das was ich gerade möchte ok so wir gehen zurück so den haben wir und nun müssen wir gucken dass wir dieses naturschutzgebiet finden aber wo könnte das denn sein wir sind da lang wir sind hier lang warte mal geht es da auch noch richtig na warte mal wir gehen mal in richtung dahin oder tourschutzgebiet oder dahin das war das dorf in die richtung könnte man noch gehen und machen wir mal so team okay essen habe ich essen mit benutzen fachspacks das machen wir es das frisst aber echt viel mal saft packe ich jetzt alles mal hier drin ist drin ist drin und war da hier war das noch mal drin und die medizin kommt auch noch mit drin okay essen kommt dahin so warmes steig warmes fleisch okay sind wir durch metall waren sind zwar durch spiegeleier ja fast und hier metall waren packen okay gut 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 spiegelei Träerfleisch. Okay, wo hatte ich das denn her? Öh, voll. Komm da hin. So, 50. Okay, wenn ich das jetzt hier unten reinpacke. Ja, sollte das meine Tiere immer schön füttern, ne? Genau. Okay, wir gehen jetzt weiter gucken. Und zwar... Nein. Wir gehen... Keine Ahnung, in die Richtung. Aber das sieht so leer aus. Da ist doch irgendwie gar nichts. Oder doch. Oder hier. Ähm... Was denn? Level 30. Okay, den habe ich nicht. Aber vielleicht kann ich den schaffen. Hmm... Sollen wir das mal testen? Gehen wir da hin? Ich glaube, wir gehen da hin. So. Wo ist der Typ? Ähm... Hier, ne? Also ungefähr in die Richtung. Gehe ich da richtig? Ja, gehe ich. Das ist doch ein Weg. Einfach dem Weg folgen. Super. Ja, Ritualplatz. Das scheint zu stimmen. So. So. Was ist denn jetzt los? Ah, Geh-Klo. Der Geh-Klo. Ja, was ist denn hier? Warte. Höhle Level 29. Ne, ne, ne. Ich will Richtung Ritualplatz. Ah, jetzt sind die Liga der Gentleman's wieder da. Ja, Mann. Da am Brust. Hey. Kopftreffer. Kopftreffer. Oh! Netter Move. Netter Move, Junge. Nicht übel. So, bin ich hier richtig? Äh... Ne, das ist irgendwie... Warte mal. Nein, nicht... Oh, warte. Schon okay. Muss hier unten sein. Das war hier unten, ne? Wer kämpft hier? Alter, diese Typen, ne? Die gehen mir auf den Senkel. Das ist nicht mehr da, das Tier. Oder? Und ich bin doch hier richtig. Ne, bin ich nicht. Das ist da oben. Ähm, warte. Ich muss hier hoch. Wow. Hammerhart. Was bist du? Gibst du mir Blumen? Wo ist es hin? Da. Genau, warte mal. Level 16. 1,7 Prozent. 5 Prozent. 18 Prozent. Hm. Geben die Blumen? Ne, Weizensort. Ja, gut. Dann eben nicht. Das sollte der Weg sein, ne? Das ist der Weg. Und das ist... Gailclaw. Aber die habe ich doch. Die kann ich nicht reiten. Leute. Was ist das denn? Ein normales Ei. Ja, super. Oha. Warte. Jetzt braucht der Eisen ab. Ich bin im Ernst. Greifst du mich an? Wollt ihr nur helfen? Alles gut. Nicht hier durch. Nö. Wo sind die Typen? Wo sind die Typen? Ja. Du greifst mich nicht an, oder? Doch, tu doch. Die sehen so goldig aus und greifen einen sonst. Der Mann. Okay. Looting. Okay. Was hat der hier Eisen geformt? Digga, digga, digga. Nicht gut. Silberschlüssel? Silberschlüssel? Habe ich keinen. Was? Salatsaat. Salatsaat. Okay. Ich lasse mal ihn hier frei, ne? Hallo Pumba. Pumba, soll ich dich freilassen? Was meinst du? Pumbi? Okay. Pumba ist frei. Sehr gut. So. Und wo ist jetzt dieses, äh, wo bin ich denn? Oh, ich bin ja total falsch. Was ist die Richtung? Ja. Das ist genau diese Richtung. Es ist schon wieder dunkel. So, hier gibt's einen Weg. Ich dem folge. Bis hier zur Ecke und dann wieder hoch. Dann müsste das hier oben sein, ne? Da, ne? Genau. Dann muss ich hier hoch. Hi. Hinten ist es, ne? Nee, die Flieger der Pal-Freunde. Ich halte es nicht aus. So, wie viel Leben hat das Tierchen da hinten? 2500. Okay. Ähm, ja. Warte, ich nehme gleich mal, äh, das Rote in die Hand. Ja? Abbrechen. Aufschießen. Okay, macht er. Au. No, sieben wird Schatz. das ist natürlich nicht gut oder knapp ich will den haben rutsch Hey, Rüstung ist mittlerweile schon richtig gut. 833, also. Jetzt ist die Rüstung kaputt. Das ist natürlich ein Problem. Äh. Komm, fang den. Nein. Warte. Mach den nicht kaputt. Ja. Ephedran. Oder was weiß ich denn. Okay, super. Haben wir. So langsam wird es hier, ne? Okay. Wo ist hier? Ähm. Wo da hinten ist grün? Gibt es hier auch was grünes irgendwo in der Nähe? Äh. Nee, ne? Nee. Okay. Wir gucken. Ähm. Nach Hause geht es da. Und da. Okay. Also. In die Richtung. Glaube ich, ne? Ist das in die Richtung? Ja, ist es. Okay. Super. Gut, dann werde ich jetzt mal nach Hause flattern. Verdanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Gehabt euch gut und. Tschüss. Tschüss. Das ist das Wettbewerb.